Am Anfang steht ein Klang, eine Frequenz, eine Schwingung, ein Ton. Aus mehreren Tönen werden Dreiklänge, Griffe, Akkorde, wie ich sie auf die Gitarre übertragen können. Aus mehreren Griffen wird Musik. Und zu der Lehre, wie diese Akkorde miteinander spielen, wie sie Spannung erzeugen und Entspannung auslösen, sagen wir Harmonielehre. Und hey, das ist mein Job. Mein Name ist Silvio Schneider von der Online Guitar Academy und in meinem neuen Videokurs Harmonielehre Basics, Schneider leicht erklärt, zeige ich dir genau das. Es wird um Dinge gehen wie Dreiklänge, was ist Moll, was ist Dur, wie kommen die verschiedenen Vorzeichen zu verschiedenen Tonarten. Es wird um Toniker gehen, um Subton. Aber stopp. Jetzt wirst du sagen, das ist doch genau diese staubtrockene Musiktheorie, auf die ich nie Lust hatte. Ganz falsch. Ich möchte dir zeigen, wie praxisorientiert Harmonielehre sein kann. Und so führe ich dich per Video und interaktives PDF durch einen der modernsten Videokurse zu diesem Thema. Theoretische Grundlagen und praktische Umsetzungen wechseln sich ab und QR-Codes führen dich zu zusätzlichen Anwendungen wie weiterführenden Videos und interaktiven Arbeitsblättern mit zusätzlichen Aufgaben. Und das Wichtigste, der Kurs ist mit dem Siegel Schneider leicht erklärt, versehen. Also, sei dabei und geh mir über den nächsten Weg auf der Gitarre. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, dein Silvio. Bis dahin, dein Silvio.